Gut, dann wäre jetzt eigentlich der Detective Conan Weekly Bereich hier zu Gange gewesen. Den überspringen wir aber gekonnt, weil es dort keine neuen Detective Conan Kapitel gibt momentan. Wir machen weiter mit der Spoiler-freien Zone. Da haben wir eine Meldung zu Conan in den USA. Dort ist jetzt Episode 1 auf Blu-ray angekündigt worden. Ganz genau unter dem Titel Case Closed mit noch diesem alten guten Unterschrift One Truth Prevails. Episode 1 in Anführungszeichen The Great Detective Turns Small wird dort veröffentlicht von Discotec Media, weil ich meine nämlich zu einer Funimation da mit der Lizenz irgendwie ist ja schon länger. Hat die ja nicht mehr, wenn ich mich richtig ende, ist irgendwann ausgelaufen. Jedenfalls Discotec bringt nun der Episode 1 auf Blu-ray raus mit englischer Synchronisation. Und wie sie auf Twitter schrieben, erstmals im Anime mit nicht lokalisierten Namen. Das heißt, kein Jimmy Kudo und keine Rachel Moore mehr, sondern jetzt Shinichi Kudo und Ranmuri. Was sicherlich für einige Fans toll ist, vielleicht für manche Aldi Case Closed Fans auch nicht so toll. Discotec lustigerweise ist so ein bisschen in den USA das Umgedrehte, was KC bei uns ist, weil Discotec hat bisher fast alle Lupin, der dritte, Filme rausgebracht. Und dann eben dementsprechend auch Lupin, der dritte, gegen Direktiv Conan bereits in der Vergangenheit, das TV-Special und den Film. Und das ist ja quasi das Umgedrehte wie bei uns, weil KC hat alle Conan-Filme rausgebracht und die Crossover aber kein Lupin. Und Discotec, alles Lupin und die Crossover aber kein Conan, bis jetzt. Ja, das ist für englische Fans natürlich nach so langer Zeit, also man muss ja sagen, die englischsprachigen Fans insgesamt sind ja ziemlich gekniffen, was Direktiv Conan offizielle Veröffentlichung im Anime-Bereich da angeht. Weil es ja damals mit Funimation im Fernsehen und der Umbenennung und alles nicht so richtig gut funktioniert hat. Und ja, Direktiv Conan tatsächlich im Vergleich zu anderen Animes eher in Europa populär war, außerhalb von Japan und eben halt China, Südkorea. Aber vor allem natürlich in Italien, Frankreich, Deutschland, das ist ja so die westlichen Märkte von Direktiv Conan. Und so Großbritannien, USA, ja historisch hat das eher nicht so gut funktioniert und dass sie das jetzt tatsächlich rausbringen, freut mich sehr für die englischsprachigen Fans von Case Closed. Ja, ich fand es auch eine sehr interessante Meldung, hab mich persönlich darüber gefreut, dass wir die Amerikaner die originalen Namen bekommen. Wobei jetzt, wo Lasse halt auch schon sagte, wenn sie die ganze Zeit mit ihren selbst erdachten Namen leben müssen, ist es natürlich arke gewöhnungsbedürftig, wenn dann der Hauptcharakter plötzlich mit Vornamen ganz anders heißt, als man ihn in, ich weiß gar nicht wie viele Serien, Episoden in den USA veröffentlicht wurden. Ich sag jetzt einfach mal 200, wenn ich in 200 Episoden einen Jimmy Kudo habe und auf einmal dann den Anfang der Story habe und dann heißt er plötzlich ganz anders. Ist gewöhnungsbedürftig beim Ansehen, aber gut, nichtsdestotrotz finde ich es sehr schön, dass sie ja weiterhin auch mal wieder etwas von Conan bekommen haben und ja, das gefällt mir sehr gut. Das mitbizarrste ist vielleicht auch noch der englischsprachige Manga als kleines Trivia, weil der geht ja immer noch weiter und die sind ja jetzt bei Band 70 oder so. Und da erscheint ja irgendwo irgendwie alle drei Monate oder alle sechs Monate ein neuer Band. Da sind sehr langsam, aber da ist es so, die haben die Namen aus dem englischen Dub größtenteils übernommen, aber sie haben dann irgendwann, sie haben dann aufgehört, weil sie kommen ja, sie sind ja dann schnell über den Anime hinaus und sie haben dann aufgehört, neue Charaktere haben sie ja nicht nochmal eingelokalisiert. Das heißt, es laufen zwar immer noch Jimmy Kudo und Rachel Moore rum, aber die ermitteln dann zusammen mit Kanske Yamato zum Beispiel und der ist dann einfach, alle anderen sind dann eben, haben noch japanischen Namen, aber die, die mal einen bekommen haben quasi, haben den immer noch. Ähm, was auch von Fans kritisiert wird vielleicht. Äh, ändert sich jetzt auch was daran, weil jetzt wird es im Anime auch mal anders gemacht. Naja, ähm, was man natürlich vermuten könnte ist, dass das jetzt von Discothek so ein kleiner Testballon ist, ähm, was man mit Conan noch so machen kann. Dafür bietet sich ja Episode 1 als Remake des Anime-Auftakts eigentlich relativ gut an, um da mal die Fühler auszustrecken, ähm, was wir denn, was für ein Potenzial wir denn da irgendwie haben, um vielleicht dann in Zukunft auch noch andere Sachen zu veröffentlichen. Ich meine ja, Funimation hat damals irgendwann, also ich glaube, es gab so 120 Folgen, äh, auf Englisch von Funimation und dann haben sie irgendwann später, ich glaube, nochmal die ersten sechs Filme synchronisiert. Das war aber auch schon lange nach der TV-Ausstrahlung. Ähm, ist jetzt die Frage, ob Discothek die neu veröffentlichen könnte, wenn sie jetzt hier irgendwie in die Lizenz kommen, oder ob sie das dann neu veröffentlichen können, aber neu synchronisieren müssen. Ähm, vielleicht ist das jetzt eben ein Testballon, um zu schauen, ob sich da zukünftige Conan-Film-Releases lohnen könnten.